Gönnt ihr dieses oder andere Spiele direkt bei Eneba deutlich günstiger? Der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr hattet die Möglichkeit, mir auf Discord eure GTA-Accounts zu schicken, beziehungsweise ein Bild, was euren GTA-Account repräsentiert. Und die schauen wir uns heute zusammen an. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Heute wird es, glaube ich, relativ entspannt. Heute ist es vielleicht noch geeignet. Das war jetzt nicht mit Absicht. Egal. Wir fangen an mit Soraya. Der hat nämlich hier einen Account. Wie viel Geld hat denn der da? Das sind Millionen hier, oder? Hier eins, zwei. Ah, 71 Millionen. Ich dachte schon sieben Millionen. Das wäre ein bisschen unangenehm, ne? Ne, 71 Millionen. Reicher Mann, reicher Mann. Mit unserem Crew-Outfit. Beste. Und natürlich einem LRG F1. Das heißt, er hat einmal fest in unserer Crew verwurzelt. Er hat viel Kohle und er hat modded Cars. Also das ist schon mal ein sehr, sehr nicer Account, finde ich, den wir hier sehen. Aber Level 88 erst. Das ist noch mau. Da ist noch Platz nach oben, würde ich mal behaupten. Schauen wir mal an, was sonst noch so passiert. Wir haben hier, Rip your KD. Der ja, er hat eine wilde Karre. Schau dir mal, die Felgen hat und sein Outfit. Polizeimarke IAA. Hier so ein Alien-Ding. Junge, das sieht richtig krank aus. Chat, was sagen wir zu diesem Account hier? Wenn wir nur das hier über diesen Account wissen. Er ist schon mal nicht bei uns in der Crew. Das ist ein bisschen schade. Sehen wir hier am Crew-Emblem. Das ist natürlich schade und frech. Aber trotzdem wilde Karre hier. Schauen wir mal weiter. Das ist der richtige Account. Aha. Dann Smokin. Hat nämlich hier eine Modded Cars Garage. Guck mal, das sieht übel clean aus, die ganzen Karren. Schaut es euch an. Übel clean und aus Outfit in diesem Pink-Weiß. Das passt wenigstens so ein Ding, ne? Das ist so ein Glitcher-Outfit. Ja, safe. Das ist ein Glitcher-Outfit. Aber für dich sieht es sehr cool aus. Ich bin nur etwas verwirrt, warum der Account auf Englisch ist. Hat da vielleicht jemand ein Bild aus dem Internet genommen? Wir wissen es nicht. So, es geht weiter mit Katie. Katie hat jetzt erstmal eine Collage. Wir haben hier eine pinke Garage. Aha, das passt farblich. Aber ihr wisst, Katie hat zugehört. Ich persönlich, ich mag ja Garagen, wenn die einfarbig sind. Also mir ist die Farbe wichtiger, als irgendwie, dass es nach Marke geht oder so. Ich finde, es muss so ein klares Erscheinungsbild haben. Und das hat sie hier natürlich mit einer pinken Garage ganz gut. Ein Outfit. Boah, ich feiere so Jumpsuits. Ich finde die richtig nice in echt. Da sind sogar Modded Cars. Ja, okay, das ist schwierig hier zu erkennen. Stimmt, du siehst. Ja, ja, okay, hast recht. Hier sind so F1-Reifen überall, ja? Fair. Und wir sehen hier noch ihre ganzen XP, ihr Gesamteinkommen, ihre ganzen Stats zum Flexi. Flex, Flex. Aha. Kündigen wir nachgefahren. Aha, aha, aha. Keine Rennen und keine Deathmatches und keine Captures veröffentlicht. Mensch, Katie. Vielleicht wärst du der krasseste Jobbuilder ever geworden. Wir wissen es nicht. Sehr nice, sehr nice Collage. Da haben wir wenigstens immer ein paar Eindrücke. Dann haben wir Lukas. Mit auch einem Modded Outfit. Aber auch lustig hier mit zwei Milljets. Nice. Sehr, sehr cool. Wir haben Sammy. Aha, auch wieder eine Collage. Sehr nice. Wie habt ihr das hingekriegt? Mit Modded Cars. Hier mit dem, den sie uns auch besorgt hat, ne? Vom Karrieremodus. Den Castigator, den ich auch hier gerade im, ah ja, okay, Nevermind eben hatte. Wir haben hier ihr Outfit. Sehr clean gehalten. Aber gefällt mir. Und ihre Stats. Spielzeit 167 Tage. Was ist denn das umgerechnet in Stunden? Warte mal. Ich berechne jetzt mal hier. Zum Glück hab ich studiert. 1,6,7 mal 24. Das sind vier Stunden, ja knapp 4000 Stunden. Das ist aber jetzt nicht so viel Sammy. Ich dachte, jetzt ist mehr. Ja, genau, jetzt ist mehr. Seit wann hast du den Account? Wie viele Jahre? Seit wie vielen Jahren hast du den Account? Und man sieht, oh, man sieht ja auch, wie viel Kohle saat ihr Level. Und natürlich auch, dass er in der Julex-Crew ist. Beste. Wichtig und richtig. Steht da doch alles. Charakter erstellt. Ja, okay, fair. Seit 2020. Und du hast ein halbes Jahr seit 2020 reine Spielzeit. Digga, was? Das sind ja im Prinzip nur, guck mal, das ist Ende 2020. Sagen wir mal 2021 ist das, okay? Ganz grob. Das heißt, wir haben 2021 mit zweieinhalb Jahren. Äh, 22? 23? Ja, was? Bitte, was? Hab ich das? Ist das gerade? Du hast dich vertippt, Stelty, glaube ich. Ich glaube, du hast dich gerade vertippt. Du hast doch Spendeverbot von deiner Frau gekriegt. Nicht, dass ich jetzt an der Ehekrise schuld bin. Ich will nicht, ich möchte nicht für eure Scheidung verantwortlich sein. Freunde, ich brauche jetzt mal ein paar Herzen in den Chat. Gib mir ein paar Herzen in den Chat für Stelty. 150 Euro. Lad doch mal die Mods ein. Das machen wir auf der Gamescom. Geht eine Cola auf mich. Moin. Gamescom-Cola, da kommt es wahrscheinlich sogar hin. Gamescom-Cola wahrscheinlich wieder 8 Euro oder so. Kommen wir mit 150 Euro ganz gut hin mit 10 Leuten. Ey, ja, was? Hau ein paar Herzen in den Chat für Stelty. Holy Moly, Alter. Das ist wirklich geisteskrank. Vielen, vielen Dank für deinen Dono. Und sogar die Überweisungsgebühren übernommen. Bro, du bist der Beste. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Vielen, vielen Dank. Echt. Riesig. Geisteskrank. Der Platz hier oben ist dir jetzt erstmal sicher, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Naja. So, Samys Account. Die 91 Prozent. Ich glaube, die stehen für Errungenschaften, oder? Also Auszeichnungen von dem Account. Also von dem Charakter, oder? Die Hiten, aber es geht. Sehr, sehr nice Account. Achso, wir waren ja gerade beim 10, wie viel du gezockt hast. Also du hast ungefähr ein halbes Jahr gezockt. Reine Spielzeit. Aber hast den Account erst seit, ich zähle in halb Jahren, ja? Also 21, 21, 22, 23, ein halbes 24. Und davon im Prinzip ein halbes, dann kann man sagen, die Hälfte von der Zeit hast du geschlafen, logischerweise. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Na doch. Also halt. Die Hälfte der Zeit hast du ungefähr geschlafen. Das heißt, sagen wir mal, wir tun mal drei Finger weg. So. Und dann noch einen, ja, dann hast du eigentlich das nur noch an Lebenszeit, wovon du nochmal so einen einfach nur gezockt hast. Und den Rest hast du gearbeitet. Und die gelebt. Digga, Sammy, das ist wirklich verrückt. Karrierefortschritt. Das ist also, Alter. 91 ist krass. Bin gespannt, wann du die 100 machst. Aber geht gar nicht, gell? Es geht doch irgendwie ein paar Sachen gar nicht. Verrückt. Verrückt. Na gut, schauen wir mal weiter. Marono. Marono ist auch im Chat. Da hat er heute mitgezockt. Das habe ich schon gesehen. Hier modelt Cars Garage. Sehr wichtig. Kajali in der Garage. Holy Shit. Aha. Seit 2014. Aha. Ganz early. Und seit, guck. Er hat seit 2014 die gleiche Spielzeit wie Sammy in vier Jahren. Drei Jahren. Dreieinhalb. Das ist wirklich verrückt. Was war das eigentlich für ein Xbox-Update für GTA? Das war auf allen Plattformen. Nur Patches. Nichts Interessantes, leider. Sonst hätte ich auch was dazu gesagt. Aber war nichts Interessantes. Nur jetzt funktionieren die ganzen Trainer nicht. Das nervt ein bisschen. Also sehr wilder Account. Also Sammy will halt fest, ein bisschen kleiner GTA sucht die. Deswegen bist du ja auch bei uns richtig. So. Als nächstes sehen wir noch Lennart. Mit einer GTA plus Garage. Dem Crew-Outfit. Wichtig. Und alles auf F1. Aha. Ein paar Autos davon erkenne ich. Hier zum Beispiel Polizei. Greenwood. Hier der I8. Die ganzen neuen. Geil. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Dann haben wir Lumi. Wild irgendwie. Das sieht krass aus irgendwie. Das Outfit. Oder? Die Brille mit dem Schwarz. Da sticht es so richtig in die Augen. Finde ich. Sieht sehr, sehr geil aus. Äh. Wir haben hier. Aha. Also Karin Agentur. Finde ich nach wie vor das schönste Immobilie in GTA Online. Machst du bei WhatsApp später wieder im VIP-Kanal die Eventwoche? Ja, ja. Ja, ja. Sebastian. Nur letzte Woche nicht. Weil da hatte ich doch Klausur einen Tag danach. Deswegen. Morgen wieder ganz normal. Aha. Das ist krass hier. Okay. Wild. Das Outfit und Kennzeichen habe ich selber erstellt. Und der Karrierefortschritt von meinem Charakter. Ja, okay. Er ist halt sehr klein, ne? Das ist schwierig zu sehen. Mr. Psycho. Ja, Digga. Wie hast du das Auto auf dem Baseback Tower gekriegt? Hast du mit dem Cargo-Boop hingeflogen oder was? Wild. Ja, mit der Railgun. Okay. Nice Outfit. Schwer. Das ist alles einfach sehr klein, ne? Ich will jetzt hier nicht alles im Browser öffnen, weil dann habe ich hier tausend Tabs wieder offen. Aha. Na gut. Dann Pulli-Klover. Hier in seiner Autowerkstatt. Mhm. Ja, sehr schlicht. Sehr clean. Gefällt mir. Aha. Du warst ja mit diesem kackbraunen Polizier. Polizier-Auto. Das fand ich aber cool. Das hat einen Vibe gehabt. Dann Simon. Aha. Unser Drifter. Jugular. Einfach. Einfach Favorite. Aber das Bild beschreibt einfach seinen Account. Das stimmt. Das Bild beschreibt seinen Account. Er ist halt einfach unser... Er ist halt einfach unser... Unser Drifter. Dann haben wir dann Swiss auf der PS5-Version. Digga. Das ist fast 3er KD. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Du liest als... Äh... Ja. Passt auf jeden Fall hier mit der Karre. Sehr schön. Sehr schön. Leon G. Guck mal was. Ein Bonzi hier auf seiner Yacht mit Heli im Hintergrund. Sieht aber episch aus. Die Karre hier und dann noch der Heli. Zatt was. Gesamteinkommen. 1,3 Milliarden. Schmeckt. Ein paar Kilometer ist er gefahren. Und 231 Stunden Game. Spielzeit. Verrückt. Verrückt. Dann haben wir Wölfchen. Das Bild ist einfach schön. Muss ich dir lassen, Philipp? Hast du jetzt gemacht vor kurzem erst, oder? Hat's doch was gebracht, dass ich dir gezeigt hab, wie man so Bilder macht, oder? Sieht geil aus. Also ehrlich, das Bild hier oben, wenn's hier nicht abgeschnitten wäre, aber das hast du ja safe auch nochmal voll. Das sieht, find ich, sehr, sehr, sehr geil aus. Gefällt mir richtig gut, oder? Freunde? Das beste Bild heute. Bisher, was, find ich, eingesendet wurde. Also reines Bild selbst. Gefällt mir richtig gut. Mit der Karre. Hintergrund unscharf. Hast du ein bisschen Vibes von meinen Thumbnails? Auf es kickt. So ein bisschen. Nee, gefällt mir. So. Spielzeit mit Charakter. 219 Tage. Ja, ist nicht so viel. Vor allem, wenn du dir 2013 erstellt. War das 15er 10, aber auch im Release von GTA Online, oder? Oder? Ja gut, Sammy, aber das kannst du nicht vergleichen. Philipp hat ja mehrere Accounts. Spielt ja auch aktiv auf dem PC. Das kannst du ja nicht vergleichen. Längste Sitzung am Stück. Ein Tag und fünf Stunden. Philipp? War das mal ein 24-Stunden-Stream? Alter, stell dir, Alter. Ich komm immer noch nicht drauf klar. Boah, vielen, 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 vielen Dank für deine Dono nochmal, gell? Verrückt. Wird auf jeden Fall dem Team zugutekommen. Gibt's auf der Gamescom noch eine Runde auf mich. Ja, ja, okay, Sammy. Wir halten fest, du bist unser Sucht-Team. Ist okay. Ist okay. Letzter Rangaufstieg. Aha, aha. Level 800. Ich würd echt gern mal wissen, was ich für ne Spielzeit hätte und was ich für ein Level wäre, wenn ich alle meine Accounts auf einem hätte. Also hätt ich immer auf dem gleichen Account gespielt. Bei mir teilt sich's halt auf auf so viele Accounts. Das ist die Sache. Janni, Hallöchen. Cash to. Hallo. Und denkt dran, Freunde, wir lösen gleich noch unser Gewinnspiel auf. Dementsprechend. Rein hier. Und COD spielt's auch noch viel nebenbei. Ja, ja, eben. Eben. Also Level 800 ist, glaub ich, schon eine Ansage. Boah, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen unscharf. Aha, hier hat er ein paar Sonderfahrzeuge, MOC, MK2 seh ich hier, Anulator. Hier ein paar Bonsen-Autos, okay. Und Crew-Logo, wichtig. Und die Hangar, okay, okay. Nur leider schlecht zu erkennen. Also ich muss sagen, sehr viele, sehr, sehr wilde Accounts. Also was mir persönlich, ich find halt die Zusammenstellung sehr, sehr hübsch. Man hätt's hier ein bisschen, ne, dass das Bild noch ganz drauf passt. Aber sonst sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Boah, ich krieg voll die Idee gerade. Wir haben doch extra auf Insta noch nen JulexTV-Account. Ne, wir haben ja Julex-YT, was so mein Main-Insta-Account ist. Aber wir haben ja auch noch den Julex-TV, der so ein bisschen mehr GTA-Bezug hat. Ich würde, ich fänd's voll geil. Vielleicht Philipp, Sammy, vielleicht könnt ihr das in Angriff nehmen. Das wäre eigentlich, glaub ich, ganz cool. Wenn wir so ne Team-Vorstellrunde machen, wo jeder im Prinzip aus dem Team sich so mit seinem GTA-Online-Charakter vor ein Auto stellt. Wir ein Bild davon machen in dem Stil hier. Ich kann das auch bearbeiten und so. Müsstern wir ja nur ein Screenshot davon schicken. Und wir dann so ne Serie machen, damit wir so ein bisschen unseres Team vorstellen. Das fänd ich eigentlich voll nice. Was haltet ihr davon? Chat? Fändet ihr das mal interessant? Das will mal so ne, so ne, so ne, ja, so ne Serie im Prinzip machen, wo wir unsere ganzen Team-Love vorstellen mit GTA-Account. Vielleicht auch Real-Life-Dingen oder so Bezug für die, die das wollen. Muss ja nicht jeder. Irgendwie so. Erzählen, wofür sie zuständig sind bei uns im Team. Wie lange sie GTA spielen, was so ihre, äh, ihre, ihre Dings ist. Also wenn du Bock hast, wir können ja Philipp, also du willst wahrscheinlich schlafen, ne? Aber die Tage mal drüber quatschen irgendwie. Dass wir so ein paar Kategorien machen, die wir da zeigen wollen. Name, äh, GTA-Erstelldatum, Level und so weiter. Und dann fragen wir das mal ab. Und dann, keine Ahnung, fänden wir das irgendwie auf. Einer macht Bilder von allen jeweils. Die müssen halt einheitlich aussehen, halbwegs. Easy. Das gefällt mir auch ganz gut, weil es halt so ein Lifestyle hat hier. So ein Bonsen-Ding. Oh, ich find die Idee gut, sag ich dir ehrlich. Äh, dann haben wir, ja, hier die Collagen finde ich auch gut, weil die halt sehr viel sagen. Und sehr hells, ne? Kann man wenigstens lesen, das ist gut. Ja, im Prinzip ist so Samys-Variante. Da sieht man, dass ihr viel zusammen chillt. Sehr ähnlich. Von der Art her. Sehr gut, sehr gut. Nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich würd gerne solche Umfragen öfters machen auf Discord. Also, auch mal mit Lieblingsessen, Lieblingsauto, keine Ahnung, irgendwie mehrere so Kategorien. Wenn ihr da Kategorie-Ideen habt, gerne mir mal schreiben. Und dann werden wir das in Zukunft machen. Also, wenn ihr auch mal bei uns da irgendwie teilnehmen wollt, damit ihr auch mal uns euren Account anschaut, kommt gerne einfach zu uns auf den Discord. Dort halt, äh, einfach bei Discord könnt ihr hier bei, was sag ich, am einfachsten, bei Entdeckten. Einfach kurz nach Julex suchen. Und dann kommt unser Server. Äh, ansonsten, Ausrufzeichen DC in den Chat. Kriegt einen Link zu Discord. Bald kommt mein neues Auto. Wie stellt ihr ihn? In echt oder im Spiel? In echt oder im Spiel? Das ist doch viel wichtiger noch, ja. Na gut. Also, das soll's mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn's dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Das war's mit dem heutigen Video. Gönn dir dieses oder andere...